Das heißt, in diesem Kapitel werden wir uns zunächst auf die Einrichtung der Slave-Seite, also der Slave-Modbus konzentrieren. Das heißt, dafür habe ich auch zwei Steuerungen vorbereitet. Also einmal der Master und der Slave und dann von Anfang wollen wir erstmal so unser Slave konfigurieren. Und deshalb gehe ich auf mein Online-Device hier unter Software, dann mache ich den Rechtklick auf die Applikation, installiere ich mir meine Software, Applikation für Modbus, das ist dieses hier. Einmal weiter, dann muss ich meine Applikation sofort laden und ausführen. Und nun kann ich schon mal hier auf dieser Seite ein paar Konfigurationen einrichten, das heißt, kann ich mir unter Modbus überprüfen, was für eine Verbindung ich aufbauen will. In diesem Fall Modbus TCP. Den Port lasse ich auf 502. und unter Mapping will ich so eine, also habe ich hier verschiedene Möglichkeit so eine Verbindung aufzubauen. Entweder kann ich einen Mapping-File verwenden oder kann ich mir so SV-In-Init-Timeout verwenden. Für diesen Beispiel werden wir unser Mapping-File verwenden. Das heißt, ich aktiviere diesen Mapping und dann muss ich hier einrichten, wo ich meine Mapping-File ablegen soll. Dann kann ich mir das hier aussuchen. Dann wähle ich das auf den Flash. Das ist mein Boot-Device. Dann wähle ich das auch unter App-Ordner einlegen. Dann kann ich mir einen Namen des Files beliebig eintragen. Also in meinem Fall schreibe ich Modbus slave. Und diese Datei wird immer so als CSV-Datei eingelegt. Das heißt, Endung muss das so SCSV. Genau. Dann, also dann, da werden alle meine Variable in diesen Ordner hier hintergelegt. Und dann, wenn das fertig ist, dann kann ich hier einmal Fertigstellen drücken. Und den Rest kann man so lassen, wie das ist und fertigstellen. Dann können wir mal gucken. Hier sehen wir unser Modbus, den wir dann installiert haben. Aber zeigt hier nochmal rot hier, weil unsere Konfiguration noch nicht fertig ist. In dem Fall, weil wir unser Mapping-File verwenden haben. Und dann in dem Mapping-File haben wir eine Datei erstellt, eine CSV-Datei erstellt, die noch keine Variable da besteht. Das heißt, dafür kann ich nochmal ein paar Variable da hinzufügen, bei Variable, die ich dann Mapping will. Und dafür auch habe ich eine Applikation, Software-Applikation, Variable schon mal vorinstallieren, die ich dann verwenden will, die ich mappen will, von der Masler. Das ist diese Applikation, My PLC. Und die besteht auch auf drei Variablen, die ich dann mappen will. Und diese Variable muss ich hier hinzufügen auf meine Modbus-Seite. Unter Mapping hier oben. Da kann ich mir so die Variable hinzufügen. Um Variable hier hinzufügen, also gehe ich hier unter Variable-Adresse. Da klicke ich drauf, gibt hier diese drei Punkte hier. Da kann ich mir auswählen, welche Variable ich dann hinzufügen will. Markiere ich alle drei Variable. Und dann kann ich, ja, dass Markierung alle drei Variable funktioniert nicht, muss das einzeln hinzugefügt werden. Und das Wichtigste ist das hier, dass der Typ von Variable, muss das hier richtig auch so eingetragen werden. Also meine erste Variable war eine Bullchen-Variable. Und dann bei Modbus-Slave-Einrichtung gibt es so vier Fächer Datentyp von Variablen. Also das ist einmal ein Coil. Das wäre für einen Digital-Ausgang, einen Disk, E-Rack und H-Rack. In meinem Fall meine erste Variable ist das eine Bullchen-Variable. Das heißt, entspricht das hier einem Coil. Und muss ich hier den Index definieren. Also starte ich mal beim Index 0. Führe ich meine nächste Variable. Das ist, ähm... Die nächste Variable wäre mein Fad 2 hier. Das ist ein Real 32-Bit hier von Länge 4. Das sage ich hier, muss ich über einen Signal-Tipp hier... Von Länge 4 wäre das ein H-Rack-Datentyp. Bei diesem Typ hier kann ich auch so beim Index 0 auch anfangen. Und dann kann ich meine dritte Variable hier nochmal hinzufügen. Das ist auch von Typ SYN 32-Bit. Auch von Länge 4. Das heißt, bei dem Modbus Master entspricht das den H-Rack wieder. Und hier, da jeder H-Rack so zwei Register belegt. Also das heißt, bei meiner ersten Variable sind schon mal den Register 0 und 1 belegt. Das heißt, bei diesen Variablen fange ich mal mit dem Index 2. Genau, da habe ich auch meine Variable auf den Slave hier hinzugefügt. Da kann ich mir das speichern. Und da kann ich von der Seite meine Modbus-Applikation einmal reseten. Und da hier wieder starten. Ja, genau. Da sehe ich hier, dass meine Modbus Slave hier richtig konfiguriert ist. Zeigt er hier auch grün. Das heißt, funktioniert hier alles gut. Und war das schon mal soweit von der Slave Seite. Das ist ja recht, genau. Was ist hier noch so? Das heißt, ich denke, das ist ein Thema. Je weiß nicht, wir haben eine Frage. Aber das nächste Frage Ja, das ist mein Nummer. Okay, danke. Das ist mein Nummer. Untertitelung des ZDF, 2020